Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Ja, hier bei mir blüht der Osterkrokus und der Puppengeist hat mir das einfach jetzt gerade hier ins Set gestellt. Ich sagte, ich muss doch gleich eine Figur auspacken. Er sagte, ja, aber stell es einfach mal dahin. Jetzt habe ich es natürlich hier gemacht für ihn. Ich hoffe, wenn er das Video sieht, findet er das total toll. Und hier, Moment, sehen wir noch, hier stehen die zwei Osterhasen. Ihr erinnert euch, Ende Februar hatte ich euch die Frage gestellt, wie sollen wir diese beiden Osterhasen nennen? Es gab zahlreiche Ideen und jemand hat gesagt, ganz einfach, warum nennt ihr ihn nicht einfach hier den männlichen Hase Hie-Hase und hier die weibliche Ski-Hase? Es liegt natürlich so nah, hier bei unserem Masters-Kanal, dass wir sie so nennen. Deswegen taufen wir die beiden jetzt ganz amtlich ab sofort, wenn die Hasen, das wird natürlich nächstes Jahr wieder so sein. Ja, beim nächsten Ostern, Ostern 2025, wird denn hier der Hie-Hase stehen und hier die Ski-Hase oder Ski-Hasen. Ja, manchmal ist es nicht. Ja, das auch ein bisschen mal fürs Protokoll. Aber warum wir uns heute zusammengefunden ist, vielleicht habt ihr es gerade mitbekommen, es hat geklingelt. Ja, es kommt nicht der Osterhase, sondern mehr der Osterpuppengeist. Er kommt gerade von seiner großen Shopping-Tour wieder. Bin gespannt, was er wieder an Osterdekorationen aus unserem nageliehenen Teddy mitgebracht hat. Egal. Hier wollte ich noch zeigen, das haben schon einige YouTube-Kanäle schon gezeigt. Jetzt liegt diese Figur seit gestern vor mir. Und zwar ist dieses der Master-Verse-Snautspout. Ja, der Benjamin-Blümchen unter den Masters-Charaktere, der ist endlich hier bei mir eingetroffen. Da war ja so ein großes Hick-Hack im Februar. Ja, er sollte erscheinen. Dann wurde er doch bei Martell Creations kurzfristig, wurde dieser Pre-Order rausgenommen. Dann war er doch nach einigen Tagen, konnte man noch pre-ordern, aber nicht die Leute aus Österreich und in der Schweiz. Die waren leider außen vor beim Snautspout. Jetzt habe ich ihn zweimal bekommen. Einer geht natürlich dann raus zum Daniel nach Wien. Der hat mich angefragt, ob ich nicht einen für ihn mitbestellen kann. Weil damals ging das, wie gesagt, nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bestelle dir auch einen Snautspout mit. Und jetzt wollen wir uns erst einmal die Verpackung anschauen, wie Snautspout hier so in der Verpackung ausschaut. So, das ist der braune Mähler. Ja, so kommt denn die Figur an. Hier steht an der Seite natürlich Martell Creations. Dann da konnte man ihn im Februar vorbestellen. Ja, und so sieht er eigentlich aus wie die neuen Mähler schon seit geraumer Zeit. Diese Figur wurde made in Vietnam hergestellt. Das ist auch schon seit geraumer Zeit so, dass Martell seine Figuren und Barbie-Puppen in Vietnam fertigen lässt. So, jetzt wollen wir mal auspacken. Ja, wenn der braune Mähler entfernt ist, kommt uns diese tolle Martell Creations-Umverpackung vom Snautspout daher. Und hier sieht man natürlich ein atemberaubendes Artwork. Simon Eckert hat bestimmt dieses wieder angefertigt. Ja, er ist dafür verantwortlich für die ganzen Artworks der Masterworks-Toyline. Und auch hier Snautspout sieht schon mal richtig heroisch aus. Ja, dagegen ist Benjamin Blümchen aus Neustadt ja mal gar nichts. Ja, und hier unten links natürlich das Martell Creations-Logo. Hier die Verpackung von der Seite. Es ist ein fortführendes Artwork. Was von der Vorderseite ist, geht natürlich an den Seiten hier weiter. Und hier die gegenüberliegende Seite. Hier die Rückseite, noch ein tolles Artwork. Ja, Snautspout. Ja, vor Schlangen, vor einem Gerippe wird es wohl der Battle Bones sein? Da drüber steht natürlich, dass hier Snautspout aus der New Eternia-Line ist und dass dieses Design inspiriert ist des klassischen Konzepts von damals in den 80ern. Und die Verpackung von oben, na, klafft natürlich das Masterworks-Logo. Und wie es so üblich ist, ja, ist diese Masterworks Martell Creations-Exklusive-Figur in einer ganz speziellen Verpackung. Ja, die hatte schon Vycron. Und mal nebenbei, die Figur war innerhalb von 80 Minuten ausverkauft. Ja, auch wenn wenige europäische Länder mitmachen konnten, ja, aber Deutschland konnte ja, das war ja, das war ja auch so ein Ding. In den letzten anderthalb Stunden, bevor der Pre-Order begonnen hatte, ja, war auch Deutschland freigeschaltet worden. Ja, da haben wir gezittert und haben gedacht, oh, jetzt kommen es auch Martell Creations, da können wir nicht mehr bestellen. Aber jetzt können wir wieder locker durch die Hose atmen. Jetzt ist wieder alles so, wie es sein soll. So, wir wollen jetzt mal aufmachen, aufklappen. Mal nebenbei, habt ihr gesehen, das kann ich mal kurz einblenden, dass diese Tafel, das gestern Martell bekannt gegeben hat, ja, welche Figuren bei den Origins und bei den Masterworks-Figuren 2024 noch veröffentlicht werden. Einige Figuren sehen zwar schick aus, sind aber mal gar nicht notwendig. Andere hingegen, wie zum Beispiel die Cartoon-Collection-Figuren, ja, wie zum Beispiel Evelyn, finde ich richtig cool. Auch Cringer, ja, als Origins-Version, ja, in einem Doppelpack mit Prince-Adam, finde ich schon richtig nice. Freue ich mich mega drüber. Aber darüber werde ich euch ausführlich denn in der April-Ausgabe von Giganten das Fan-Magazin berichten. So, was natürlich schön ist bei der Verpackung ist, hier, man kann sie wieder aufklappen. Jetzt gucken wir mal, ihr macht mit mir zum ersten Mal einen Blick da drauf. Ich sehe das noch nicht mal als erstes. Wir klappen auf, so, wie die Augs-Bob-Kuppenkiste, sage ich immer so schön. So, so schaut's aus. So, und dann sieht man hier schon mal ein Artwork von Snout Spout, hier, das ist hier in Schwarz. Und dann kann man natürlich auch hier, an der Seite steht auch noch Snout Spout. Heroic Water Blasting Firefighter, ja. Ja, der Feuerwehrmann von Eternia, sehr schön nochmal beschrieben, mit der kleinen Kurz-Bio der Figur. Ja, gut, dann wollen wir mal kurz auspacken. Man kann hier, man kennt das ja schon, ne, da ist so eine Karte dabei. Hier sieht man sogar noch mehr als eben. Hier eine Schlange, die gerade Snout Spout angreift, aber er spritzt hier, hat sich in die Kamera gekommen, sorry, er spritzt hier aber Wasser und vertreibt sie hoffentlich, sonst sieht es sehr, sehr, sehr düster aus. Und, äh, ein sehr schönes Schlangenmotiv, ja, wo könnte er wohl sein? Aber egal, irgendwo möchte er sein. Sieht ihr, hier sieht es brenzlig aus, es brennt. Vielleicht im Palast, ne, hier sehen wir auch noch hier der Waffenständer, der umgekippt ist. Da kann man ja froh sein, dass Snout Spout da ist. Hier sieht man auch nochmal, da kann man sehr schön, kann man hier, äh, die Figur davor positionieren, auch sehr schön hier, ne, sieht man auch, King His, ist das hier, Lady Slyther, ne, in ihrem Thronsaal wird es wohl sein, von den Snakemen im Thronsaal, ne, sieht man auch einen Thron mit den zwei Dings da. Ja, dieser soll ja auch erscheinen, sehr wahrscheinlich ist das so ein Hinweis da drauf. So, wollen wir mal wegtun und dann, guckt mal hier, man kann ihn wieder schön, so sieht das dann aus, Moment, ja, hier, da steht er schon bereit zum Entpacken und er sieht jetzt schon mal richtig cool aus. Das weiße hier, nein, das ist nicht ein Taschentuch, auch wenn es mit seinem langen Rüssel vermuten mag, ja, dass wenn er niest, dass er natürlich alles in der Umgebung wegpustet. Nein, das ist einfach nur ein Seidenpapier zum Schutz. Das nur für das Protokoll. Und hier unten wird das Zubehör drin sein. Da gucken wir uns aber gleich mal an, was in der Schachtel so mit dabei ist. So, ja, Snautsbaut muss ich lassen jetzt schon mal, was ich so sehe. Das tun wir gleich raus. Der sieht ja schon mal richtig cool aus, ja, auch schon mit seinen Augen vorne, ne. Guckt euch mal an. Das ist ja schon eine richtig coole Variante. Snautsbaut war jetzt nicht unbedingt immer mein Held, aber in den Hörspielen war er auch mal, ist er erschienen und dann hat er diese, das habe ich auch schon mal gemacht bei diversen Snautsbaut-Reviews auf meinem Kanal, dann hatte er diese eigenwillige Stimme. Dann hat er auch noch dieses Geräusch gemacht. Ja, viele fanden das toll, dass ich es gemacht habe. Ja, ich könnte sehr wahrscheinlich, ähm, Snautsbaut, wenn es mal Hörspiele gibt, ja, vielleicht bucht mich die Retro-Fabrik, ja, als Snautsbaut, dann würde ich Snautsbaut sehr gerne machen mit diesem Oh, Adam! Ach, wer ist jetzt jetzt wieder Cringer, ne, wenn ich sage, Adam, wo bist du, Adam? Snautsbaut macht nur Oh, Oh! So, das war jetzt meine offizielle Bewerbung als Sprecher für die neuen offiziellen Hörspiele der Retro-Fabrik, die irgendwann am Start sein werden, ja. Wir hören, sehen jetzt immer zur Zeit, sehen wir immer, äh, tolle Bilder von den Aufnahmen. Zuletzt war ja am Wochenende sind die Aufnahmen stattgefunden worden, irgendwo am Rande von Nordrhein-Westfalen, glaube ich, war es. Und, äh, wir können es kaum abwarten, ja, die ersten Hörspiele uns anzuhören. Und dann weiß ich, und das weiß auch die Retro-Fabrik und die ganzen Macher, es werden wieder eine Menge sagen, ja, die sind nicht so toll, früher war alles besser. Ja, aber es wird auch alles anders und vielleicht auch cooler werden. Also ich bin so gespannt, ja, hier, wie gesagt, Seidenpapier, ne. Das kann man natürlich, wie gesagt, auch fürs Nautzbaut als Taschentuch benutzen. Wir wollen ihn sehr schnell hier befreien. Und, äh, ja. Ja, ich bin gespannt, wie er sich so hier macht. Och, der ist auch wieder gut, der ist auch mega cool gesichert. Also der ist ja, ich finde das auch, äh, also Mattel überlässt dem Zufall nichts. Ja, es soll ja beim Transport, soll ja nichts kaputt gehen. Es geht Ludwig auch wieder, hat keinen Bock mehr, ne, wenn ich ihn nicht so beachte, ne, weil ich mich die ganze Zeit schon mit der Figur beschäftige. Dann haut Ludwig halt ab. Guck mal, ja. So, und er hält sofort. Nee, Kinder, er hält sofort, der Snauzbaut. So, wie es sein muss. Aber jetzt habe ich hier irgendwas auch verklemmt. Moment. Kinder, Kinder, Kinder. Jetzt hängt hier auch noch der Faden dran, wo er mit fixiert war. So, jetzt aber. Jetzt kann ich ihn so hinpositionieren. Seht ihr das? Und er steht so fort. Ich muss es mal auf die Seite werfen, ja. Snauzbaut, ja. Der sieht cool aus. Auch die, wie gesagt, die Augen hier, die Augen, dieses, ja, dieses Metallic Gelbe, ja, der sticht ja richtig empor. Wie cool. Mega. Auch hier eine perfekte Farbgebung, finde ich mal. Auch der Paintjob ist wirklich cool. Der macht schon was her, ne. Aber wie ich euch eben schon gesagt habe, und der Ludwig hat ja natürlich auch zugehört, es gibt ja auch noch Zubehör mit dabei. Und das ist, wenn ihr die Figur habt oder schon bekommen habt, dann eher, wenn ihr die schon habt, dann habt ihr es ja schon gesehen. Aber Lotti, die noch nicht ausgepackt haben, beziehungsweise sie noch nicht bekommen habe, ich war jetzt mal überrascht, wie schnell Mattel das ausgeliefert hatte. In Amerika war es nach drei, vier Tagen, hatten schon die Ersten damals den Snauzbaut. Und bei uns wurde auch zeitnah sehr schnell versendet. Und so ist es auch bei manchen mit Rockhorn, ja. Rockhorn haben auch schon manche die Versandbestätigung in Europa. In Amerika haben sie ihn schon. So, was hat er hier als Zubehör mit dabei? Natürlich seinen Tank, ja, ist natürlich wichtig. Seinen Tank, ja, wo er natürlich das Wasser herbekommt. Aber natürlich hat er nicht eine Wasserpumpe wie bei der originalen Figur, wo man damals hinten im Rücken das Wasser im Tank einfüllen musste. Oder auch bei der Origins-Version, da gab es auch wieder Wasser. Hier ist es alles nur ein bisschen anders. Hier sind erstmal die Schläuche und dann hat er natürlich seine Axt. Ja, die hat er auch schon damals gehabt als Vintage-Figur und als Origins-Version. Ich glaube, auch bei den Classics hat er es auch gehabt. Und er hatte hier in seinem Papier noch was Zubehör, noch mehr Zubehör. Moment, natürlich nochmal einen kleinen Schlauch, der sehr biegsam ist, wie die anderen beiden Schläuche auch. Zwei Wechselfäuste und hier ein Wasserstrahl. Damit kann man nachher suggerieren, das Wasser, was er natürlich leider jetzt hier nicht mehr machen kann, kein richtiges Wasser, aber dafür mit diesem Teil, was ich gar nicht so schlecht finde, kann man das natürlich nachstellen. So, wir wollen mal gucken, kann man hier auch sehen, wie das funktioniert, der Zusammenbau. Wir werden es einfach mal Learning by Doing machen. Hier der Tank, ja, hier zieht man zwei Öffnungen. Ja, da kann man nämlich den Wassertank, ja, kann man da draufpappen, draufstecken. Moment. Beziehungsweise machen wir natürlich so rum, das wäre natürlich richtig, wenn man es so rum draufsteckt. Ludwig ist auch ganz aufgeregt gerade hier, ein neuer Mitbewohner ist da. Und er heißt ihn schon willkommen mit dem Quieken. Und da er den Wassertank hinten am Rücken hat, ist die Stabilität ein wenig nach hinten gerichtet. Ja, ihr seht das wegen der Schwerkraft. Dann neigt Snoutspout nach hinten. Deswegen muss man ihn noch mal ein bisschen positionieren, weil so wird er natürlich, wenn man ihn gerade hinstellt, nach hinten kippen. Dann hat er hier hinten, seht ihr das, hat er auch eine Öffnung, ja, so wie hier. Da kann man natürlich, weil der Schlauch auch biegsam ist, kann man natürlich die Verbindung hier dran stecken. Oder kommt es hier so, Moment. Stecken wir hier rein, damit auch die Verbindung gegeben ist, damit Snoutspout sich dann Wasser aus dem Tank ziehen kann, ne. So seht ihr das einmal. Aber er hat ja noch zwei Schläuche. Ja, die kann man natürlich, jetzt würde ich vermuten, kann man sie hier unten festmachen. Hier unten seht ihr das. Hier hat er auch unten zwei Öffnungen. Moment. Eins. Zwei. So, ach, so. Und dann kann man diese Öffnungen, seht ihr das, sieht man sehr schön. Hier sind auch solche Pins. Dann tut man sie einfach hier rein. Auch hier auf der Seite ist es auch. Dann sieht das Ganze so aus. So seht ihr das. So. Ist gar nicht so schwer, ne. Sieht ein bisschen anders aus, als wenn man Snoutspout von früher her kennt. Sie sind aber nicht schlechter. So, Moment. Jetzt muss man eben wieder versuchen, dass man gute positioniert. Und so schaut Snoutspout uns entgegen. Ja, sieht schon mal richtig cool aus. Auch der Rüssel ist ja voll beweglich, ne. Sieht man das? Und dann kann natürlich, wie ich euch gesagt habe, diesen Wasserstrahl, den es nicht mehr in Natura gibt, sondern hier nur noch als nachimitierte Form, sehr cool, auch gerade für Toy-Fotografie, kann man draufstecken. Und so sieht es aus, als wenn er Wasser von sich gibt. Und er hat natürlich hier noch seine Axt mit dabei. Ja, die muss er natürlich dabei haben, um sich den Weg natürlich durch Türen etc. zu bahnen, die geschlossen sind bei Feuer. Dann kann er mit seiner Hacke die wirklich hier einschlagen. Ja, also das ist schon mal cool. Und ich muss sagen, es sieht auch richtig cool aus, ne. Ja, es ist wirklich eine tolle Figur. Auch hier vorne seine Stoßzähne, ja. Ja, genial. Was ich hier witzig finde, ist hier seine Ohren. Ja, die erinnern mich ein wenig hier an die Solarflächen von der Komet bei Captain Future. Ja, da hatten sie auch vorne, vorne, wo die Mannschaft sitzt von außen, hatten sie auch solche Sonnenflügel. Ja, und hier, das erinnert mich ein bisschen so an Captain Future Komet. Ja, guck mal, ist wieder rausgegangen. Ab und zu geht das hier raus. Muss man schon richtig reinstopfen. Boah. Ja, er ist schon eine coole Figur. Auch die Farbgebung finde ich cool. Dieses rosa-orange. Mega geil. Auch hier vorne, dieser, was ist das? Wasserstandszähler. Wie viel Wasser er noch im Tank hat. Ja, damit er weiß, hey, jetzt braucht es langsam ein bisschen eng mit dem Wasser. Da muss ich ein bisschen weniger spritzen. Ja, da sind wir beim Thema Spritzen wieder angekommen. Ja, jetzt gibt es den Spritzer auch als Masterverse-Figur, als New Eternia-Version. Also, ich kann mir bei der Figur mal wirklich nicht meckern. Auf keinen Fall. Er hat natürlich, ist er 100, er ist um 360 Grad drehbar. Man kann auch sogar den Gürtel abnehmen. Man kann ihn wirklich auch die Rüstung abnehmen. Werde ich jetzt nicht machen. Könnte man aber... Ja, der Kopf ist bewegbar. Kann man den Rüssel abnehmen? Der Rüssel geht vorne nicht ab. Aber der Rüssel ist hier, wie gesagt, voll beweglich. Wenn ich hier dran den Rüssel bewege, spritzt er vorne Wasser. Ja, kennen wir ja von privat. So, wenn man hier mal ran schubbelt, kommt dann irgendwann was raus. Das ist hier denn Wasser. Sehr schön. Willkommen wieder bei meiner FSK 18 Review für euch Masters-Fans. Ich hatte als Kind, hatte ich natürlich auch Snautzpout. Natürlich hatte ich Snautzpout. Und ich weiß, das ist ja so mit diesem Action-Feature damals, dass er auch Wasser spritzen konnte, wenn man seinen Tank aufgefüllt hat. Das ist natürlich immer so ein Highlight, genau wie bei Dragon Blaster Skeletor. Ja, mit dem Drachen auf dem Rücken. Das ist natürlich ein Highlight. Oder Cobra Khan. Ja, dann spielt man da mit. Und man hat sich gegenseitig immer bespritzt. Ja, und den habe ich dann auch öfter rausgenommen. Und ich war dann überrascht, wo ich das Hörspiel gehört habe, wo Snautzpout, es war, glaube ich, die Folge 26, Orkus schwerste Stunde. Da, glaube ich, die zum ersten Mal aufgetaucht ist, Snautzpout. Dann war ich, wie gesagt, von seiner Stimme war ich dann, so mein Gott, so hört sich Snautzpout an, weil ich hatte leider keinen, zum Zeitpunkt hatte ich vielleicht doch einen Videorekorn, aber es fand, irgendwie hatten keine Folge, keine Filmation-Folge, wo Snautzpout im Trickfilm auftauchte. Es gab es damals nicht. Und wir hatten kein Privatfernsehen, von dessen, okay, wo der rausgekommen ist, das lief das doch gar nicht bei uns, bei Tele 5. Egal. Aber deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, wie wird sich Snautzpout anhören. Und dann durch die Hörspiele von Europa wusste ich es, so wird sich Snautzpout anhören. Und ja, war schon irgendwie trotz allem cool, auch wenn das, wie ich eben schon sagte, ein bisschen befremdlich war mit seinem Geräusch. So. Er hat 30 Gelenkpunkte, wie all die anderen Master-Wurst-Figuren. Ja. Den Kopf könnte man theoretisch auch abnehmen. Moment, wir bauen den Kopf mal auseinander. Könnte man einen anderen Kopf drauf machen. Seht ihr mal, es geht alles, wie man es auch halt kennt. Gut, Rüstung, wie gesagt, kann man abnehmen. Hier, man kann die Hände austauschen zu geschlossenen Fäusten. Machen wir aber jetzt nicht. Aber ihr könnt mir gerne mal unten reinposten, wie findet ihr Snautzpout als New Eternia-Version? Würde mich mal interessieren. Ludwig, bist du damit einverstanden? Soll er bei uns einziehen? Gibt es von dir eine Genehmigung? Komm her, Ludwig. Findest du es toll? Ja, er leckt. Ich vermute mal, er findet Snautzpout toll. Er darf zu Ostern jetzt hier einziehen. Ja, vielleicht bekommt ihr ja von euren Liebsten ja diesen Snautzpout unter dem Osternest gelegt oder ins Osternest gelegt. Und dann habt ihr wirklich eine helle Freude dran. Damit beschließe ich die heutige Review von Snautzpout. Um also mal nebenbei erwähnt, ich hätte schon längst ein Video gemacht von Giganten Phantom, aber Smith Toys hat leider mein Paket nicht ausgeliefert. beziehungsweise sie haben das auf dem Versandweg gegeben. Mir fiel schon auf in der Versandbestätigung zu den Turtles of Greyskull, Slaker, Moesman und was war noch? Was habe ich noch bestellt? Kark gab es keine Zurückverfolgungsnummer. Ja, die haben einfach nur eine Versandbestätigung geschickt, aber man konnte nicht nachschauen, bei welchem Versandunternehmen und auf welchem wann kommt der bei mir an. Jetzt ist es schon fast zwei Wochen her. Jetzt soll ich abwarten bis Donnerstag und dann soll ich mich bei Smith Toys nochmal melden. Dann forschen sie nach. Ja, andere haben schon längst die Figuren vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt noch vorstellen soll. Ja, lohnt sich das noch? Muss ich mal überlegen. Ich muss mal gucken. Deswegen seid nicht verwundert. Ja, falls ihr verwundert war, warum kommen denn da keine Reviews? Ich hätte gerne welche gemacht, aber wie gesagt, zurzeit ist das Paket laut Smith Toys zwar abgeschickt worden, aber was auch immer. Sie sind noch guter Hoffnung, dass es ankommt. Das hatten sie mir in der Mail geschrieben von letzter Woche und in der Mail von der jetzigen, ja, von meiner letzten Beanstandung und das ist die identisch gleiche Mail, die sie mir nochmal geschickt haben. Und da werde ich mich jetzt gedulden bis zum 28. und ja, wir hoffen mal, dass das Paket hier bei mir nochmal auftaucht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Osterzeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Ja, da gibt es nochmal zu Karfreitag eine spezielle Ausgabe der Origins Giganten, dann mit einer Spezialausgabe. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss.